halli hallo hallöchen mein lieben freund und herzlich willkommen zu einem kleinen informationsvideo ja und zwar geht es darum da ich jetzt keine live streams mehr planen kann da ich ja auf youtube und twitch zeitgleich streame muss ich jetzt vorher immer eine kleine information raushauen wann ich streame und zwar heute abend also 28 juli freitag um 20 oder 21 um die drehung geht ein livestream anstatt und zwar werden wir ein neues spielchen anzocken und zwar dark and light zocken wir an und da wird dabei sein der liebe nero den haben wir lange nicht mehr gehört wer noch dabei sein wird weiß ich nicht aber auf jeden fall der nero wird dabei sein und da werden wir heute abend das game anzocken und was ich gleich auch noch ankündigen kann am samstag den 29 juli wird es abend auch wieder 20 uhr einen schönen live stream geben also 20 uhr 21 uhr auf immer so in der stunde aber ich versuche immer 20 uhr zu starten und ja und da wird es dann halt wieder dead by daylight geben weil wir haben einen neuen killer und die wollen wir natürlich morgen mal probieren also wir haben uns auch noch nicht gespoilert wir haben keine ahnung was der killer kann wir haben keine ahnung wie was wo wir waren einfach den in der runde zocken ich hoffe dass wieder der geißer ist dabei ich hoffe dass wieder der müller dabei ist ich hoffe dass ricarda natürlich ich habe mit ricarda sie abgesprochen dass sie sie ist auf jeden fall dabei müller ist habe ich heute auch schon gesprochen der wird dabei sein aber ich hoffe auch dass geißer ich dass wir zusammen in der gruppe wieder zocken können dass wir den killer mal schön probieren können ja das einzige was ich weiß der killer das sieht aus wie ein hase mehr weiß ich auch nicht und ja da würde ich sagen da freue ich mich aber schon drauf muss ich sagen den neuen killer kennenzulernen und ja da würde ich sagen vielen dank fürs zuschauen und wir sehen uns dann heute abend beim live stream schaltet ein target light angezockt ich glaube das könnte richtig geiler titel werden es ist eine mischung aus arg und skyrim und finde ich geil finde ich geil ich habe keine ahnung wie sich das aufbaut was da und wir werden es mal sehen ich zock das heute abend natürlich bleiben dann okay dann würde ich sagen tschüss bis heute abend oder bis morgen je nachdem wie ihr lust habt tschüss